Wenn ihr unsere Excel-Beispieldatei geöffnet habt, dann seht ihr vermutlich alle gerade genau das hier vor euch. Das Excel-Fenster besteht im Wesentlichen aus drei Bereichen. Der obere Bereich hier mit den verschiedenen Buttons, der nennt sich Ribbon Bar. Früher sagte man Menüleiste dazu. Diese Ribbon Bar hat verschiedene Einträge, zum Beispiel Einfügen, Seitenlayout, Formeln, Daten und so weiter. Über diese Einträge werden jeweils andere Buttons eingeblendet, mit denen wir verschiedene Funktionen von Excel benutzen können. Ich gehe zurück auf unseren Ribbon Bar Eintrag Start, denn das ist der Eintrag mit denjenigen Buttons und Funktionen, die man am häufigsten bei der Arbeit mit Excel benötigt. Einen Punkt in der Ribbon Bar habe ich so ein bisschen unterschlagen, das ist das sogenannte Dateimenü. Wenn wir da mal draufklicken, dann ändert sich die Bildschirmdarstellung komplett und wir gelangen in einen Dialog, indem wir so Dinge tun können, wie eine neue Excel-Datei zu erzeugen, eine Excel-Datei zu öffnen, zu speichern oder auch die aktuelle Excel-Datei unter einem anderen Namen zu speichern, mit Hilfe des Punktes Speichern unter. Wir können zusätzlich drucken, verschiedene Optionen einstellen und viele Funktionen mehr. Wir brauchen dieses Menü vermutlich nur, um unsere Excel-Dateien abzuspeichern und können deshalb auf diesen Pfeil hier oben links klicken und kommen wieder zurück zu unserer normalen Darstellung. Unterhalb der Ribbon Bar, da gibt es nun das eigentliche Datenfenster. Darin werden alle unsere Daten eingetragen, unsere Berechnungen ausgeführt und, wie ihr seht, auch unsere Diagramme erzeugt. Darunter schließlich gibt es den Bereich, über den wir unsere verschiedenen Datenblätter anwählen. Dazu muss man wissen, dass eine Excel-Datendatei, wir sagen oft auch Arbeitsmappe dazu, aus verschiedenen Datenblättern bestehen kann. Genauso wie in einem ganz normalen Lights-Ordner verschiedene Blätter abgeheftet sein können. Auf diesen Datenblättern können wir verschiedenste Berechnungen durchführen und die Datenblätter dienen eigentlich zu nicht viel mehr, als unsere Berechnungen inhaltlich zu strukturieren. Wir könnten alle Berechnungen auch auf einem einzigen Datenblatt durchführen, aber mit mehreren Datenblättern ist es einfach übersichtlicher. Ich klicke mal auf das nächste Datenblatt, das Datenblatt Intro und da sehen wir genau die Demo, die ich euch vorhin gezeigt habe. Damit fangen wir nichts mehr an und gehen deshalb noch ein Datenblatt weiter auf das Datenblatt namens Copy-Paste. Copy-Paste ist eigentlich keine ureigene Excel-Funktion, sondern etwas, das wir in so ziemlich jedem Windows- oder macOS-Programm ausführen können. Trotzdem lohnt es sich, kurz darauf zu schauen, wie Copy-Paste in Excel funktioniert. Bevor wir mit dem Copy- und Pasten anfangen, lasst uns schauen, wie so ein Excel-Datenblatt eigentlich aufgebaut ist. Ein Excel-Datenblatt besteht aus verschiedenen Zellen und diese Zellen sind normalerweise mit einem Rahmen umgeben. Zellen haben einen Namen und dieser Name setzt sich zusammen aus dem Spaltenbuchstaben, so wie hier zum Beispiel das C und der Zeilennummer, so wie hier zum Beispiel die 3. Wenn wir also diese Zelle, auf der sich jetzt gerade mein Mauszeiger befindet, benennen wollen, dann ist das die Zelle C3. Die Zelle rechts daneben wäre die Zelle D3 und die Zelle darunter, die Zelle D4. Wir benennen also unsere Zellen immer, indem wir zuerst den Spaltenbuchstaben und dann die Zeilennummer sagen. So hat jede verfügbare Zelle in Excel ihren eigenen Namen. Die aktuell ausgewählte Zelle ist immer mit so einem etwas dunkleren Rand umgeben, wie jetzt hier die Zelle C1. Ich klicke einfach mal irgendwo anders in das Excel-Datenblatt, zum Beispiel hier hin und habe nun die Zelle K9 ausgewählt. Noch mal irgendwo anders hinklicken und wir haben die Zelle N21 ausgewählt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt einen Moment, was passiert denn nach Z? Wie geht es denn dann weiter? Schauen wir mal. Aha, nach Z geht es bei AA weiter. Das bedeutet die Zelle hier vorne, das ist die Zelle AA11. Ich bewege mich mal wieder zurück und komme zu unserem ausgefüllten Datenbereich. Ihr seht, dass einzelne der Zellen nicht durch einen Rahmen umgeben sind. Das braucht euch nicht zu irritieren. Unsere Regel gilt weiterhin. Auch das sind verschiedene Zellen, die eindeutige Namen haben, wie zum Beispiel diese hier. Das ist die Zelle J1. Man sieht den Rahmen nur deshalb nicht, weil ich den Zellen eine Füllfarbe gegeben habe und sobald ich das tue, kann man oft die Zellrahmen nicht mehr erkennen. Trotzdem sind die Zellen natürlich weiterhin da. Das erste, was wir mal machen wollen, ist diesen Wert hier, die 22,547 und so weiter, an diese Stelle hier unten zu kopieren. Wir wollen also den Wert aus der Zelle F7 in die Zelle D15 hinein kopieren. Dazu klicke ich die Zelle F7 einmal an. Wenn einige von euch den Fehler gemacht haben und einen Doppelklick auf die Zelle ausgeführt haben, dann seht ihr, dass ihr jetzt einen Schreibcursor in der Zelle habt, wo man irgendetwas eingeben könnte. Das ist nicht gut. Wir wollen den Wert ja nicht verändern. Und deswegen, wann immer euch sowas passiert, ist das alleinselig machende Mittel, die Escape-Taste zu drücken. Das ist die Taste ganz oben links auf eurer Tastatur. Sobald wir sie gedrückt haben, ist alles wieder so wie vorher, als wäre nichts passiert. Zum Kopieren können wir nun entweder mit der rechten Maustaste auf die Zelle klicken und auf den Menüpunkt Kopieren klicken. Wir können auch hier oben in der Ribbon Bar im Eintrag Start auf den Kopieren-Button klicken. Aber ich bevorzuge das Kopieren und Einfügen mit Hilfe von Tastenkombinationen. Dazu müssen wir das olle Menü hier jetzt erstmal wieder wegbekommen. Was machen wir? Was habe ich gesagt? Um irgendwas wegzukriegen, exakt die Escape-Taste zu drücken und wir sehen exzessiv wieder jungfräulich aus. Um jetzt zu kopieren, drücken wir also die Tastenkombinationen STRG-C. Der Rahmen um diese Zelle verändert sich dann so ein bisschen. Das wird so ein Laufband und daran sehen wir, aha, wir haben diese Zelle zum Kopieren vorgesehen. Nun klicke ich einmal die freie Zelle D15 an und sage dann STRG-V. Das Einfügen würde ich ebenso durch einen Rechtsklick hinbekommen oder indem ich hier oben auf den Button Einfügen klicke. Aber wir haben gesagt, wir benutzen Tastenkombinationen und deswegen drücken wir STRG-V. Was wir sehen ist, dass Excel den Wert kopiert hat und Excel hat ebenso die Hintergrundfarbe dieser Zelle kopiert. Das ist völlig in Ordnung. Wir sehen auch, dass dieser Laufrahmen um die Zelle immer noch existiert. So könnten wir nun in eine andere Zelle klicken, zum Beispiel in die Zelle F16, wieder STRG-V drücken und auch dann würde der Wert kopiert. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist das Ausschneiden und Einfügen. Ausschneiden und Einfügen brauchen wir immer dann, wenn der Wert in der alten Zelle nicht stehen bleiben soll. Um nun auszuschneiden, drücken wir die Tastenkombination STRG-X. Wir sehen nahezu keinen Unterschied zu gerade. Auch hier entsteht so ein Laufbalken um die Zelle, aber eigentlich sieht das doch genauso aus wie beim Kopieren. Exakt. Den Unterschied können wir erst feststellen, wenn wir nun die freie Zelle D17 einmal anklicken und dann STRG-V sagen. Jetzt wurde der Wert an seiner alten Position ausgeschnitten und zwar nicht nur der Wert, sondern auch die Hintergrundfarbe der Zelle und an der neuen Position eingefügt. Wenn wir mehr als nur eine Zelle kopieren wollen, dann geht das genauso einfach. Wir klicken dazu die erste Zelle des zu kopierenden Bereiches an, halten die Maustaste gedrückt und ziehen dann unseren Cursor so weit nach unten, bis alle zu kopierenden Zellen markiert sind. Jetzt drücken wir STRG-C, gehen dann auf die erste Zelle des Bereiches, an dem diese Zellen eingefügt werden sollen und drücken dann STRG-V. Wir sehen, der Bereich wurde kopiert, aber auch hier bleibt das Laufband um diese Zelle bestehen, so dass wir diese vier Werte nun auch noch an beliebigen anderen Positionen, zum Beispiel hier und da und so weiter, einfügen können, einfach indem wir STRG-V drücken. Das Ganze ging natürlich nicht mehr, wenn wir ausgeschnitten hätten, denn dann wären die Werte von ihrer alten Position verschwunden. Das ist Copy-Paste für Einsteiger und das werden wir in den nächsten Videos noch oft brauchen.